Und da heißt es, ich komme zurück, wenn ich F10 drücke, dann geht diese Kacke da an. Feindliche Infanterie, stirbt auf die Infanterie. Die besten Schützen einfach, die wir haben. Begeben uns jetzt dorthin. Leichter MG-Trupp, bereit. Leichter MG-Trupp, rückt aus. Leichter MG-Trupp, rückt aus. Leichter MG-Trupp, rückt aus. Anfache, die wir nicht noch nicht mehr. Wir sind sehr reich, was ich von dem. Wir werden alle Dürfen. Mörst eine Granate auf die Mistkerle. Mörst eine Schöne. Wir sind ein Schöne. Wir sind ein Schöne. Ich bin ein Schöne. Ich kann euch halten. Wir verlassen die Gegend. Dann ist es hier. Ja da, guardieren hier. Sehr schön, was man ein fucking Mörser. Mörsertruppe bereit. Mörsertruppe bereit. Mörsertruppe, stellen wir beide weg. Bereit. Scharfschützing unterwegs. Die Rothe Armee zu diensten. Alles klar, Mörser, weit machen Die Spächer sind das Schlimmste Wie haben diese Idioten es geschafft, mich zu treffen? Ich werde gebraucht, bewegen uns in feindliche Strecke Mörser? Mörser bereit für... Mörser unterwegs Pazarafer eliminiert Genosse Größer minus 60, kann man eigentlich nur... Braucht man ja nicht mit geizen oder? Leute, wir rücken ab Artilleriefeier in Deckung Da, unterwegs Rücken ab Oh Leute Oh Leute Oh Leute Oh Leute Oh Leute Wir haben einen feindlichen Trupp getötet So Mörser-Trupp bereit Wir dienen dem Volk Na los, vier, Sperrfeuer Nein Wei that Nej Ich kann auch nicht in seinem Piss noch sterben zerstört Konzentriertes Sperrfeuer Es kostet 60 Was ist das alles? Sie haben Befehle? Hier sind keine Brechen auf Stoßtrupp hier Verstecken wir uns hinter einer Rauchgranate Granaten! Werfe Rauchgranate! Werfe Rauch! Wer werft sie mit Granaten Ja, das hat nicht ganz geklappt Geh doch in Deckung In fucking Deckung Jetzt gleich wieder einer erwischt Weißt du Das funktioniert auch nicht so Wie wir das uns vorstellen Alles klar Dann Trommelfeuer gestartet Wir müssen seit mal einen halben Meter weiter vorfahren Ich kann mich auch nicht ändern Ja, das war ein halben Meter Ja, das war ein halberes Ja, das war ein halberes Ja, ich weiß Was gibt es? Los, los, Amerikaner Alter, jetzt gehen wir doch nicht am Sack Schützen bereit, vorwärts, Marsch Man hat zu gehen Sie sind auf uns Sie bestätigt Was wollen Sie? Wir werden Ihre Infanterie Greift die Missiane an Das wird flampieren So, wir missen Stimmen Vorsicht Junge Ja, jetzt ist ja, Alter, das ist hier Sturm-Inventorgie brauchen, auf jeden Fall Verstärkung, das ist hier nur so Ein Standard-Trupp Sie brauchen eine Scharf-Stellungswechsel Wenn Sie wollen, dass ich da hingehe Ich glaube, wir haben die alle weggefickt hier, oder? Ah, hier noch ein Leuchtegner, bevor man da durchrennt Ah, guck mal Was muss getan werden? Sofort Jawohl Katjusze, warte Befehle Befele empfangen Ich werde den Menschen nie wiedersehen Nein, jetzt nicht mehr Oh, Leu Alter 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 Das war Nicht wie Da Gerade Schützen-Inventorieren Leu Leck mich am Sack Das war doof Scheiße Das war vor allem noch so eine geile Truppe, weißt du Ich habe gerade so gedacht, die werden jetzt garantiert wieder drüber schießen und mich dabei treffen, diese Arschkinder Ja Genau, das ist auch noch passiert, ey Ja, das ist wie dann hier, oder was? Wir erwarten Befehle Wir haben einen der oberen Stoßtruppen eingetroffen Wir werden vollziehen, du wissen, wie diese Dinger sind Stoßtrupp hier Abbarschgenossen So Ja Brauchen wir ein bisschen Aufklärung Guck mal Alles klar, Mörser Obwohl, vielleicht Warte mal, nein, Mörser, nein Mörser ist vielleicht da nicht die beste Idee Ok Ich kann mir die Artillerie gegen die verwendet Wir haben eine der Brücken gesichert Wir haben eine der Brücken gesichert Wir haben eine der Brücken gesichert Nein, oh! Bewego! Bewego! Schuss! Unterbeschuss durch Handfeuerwerben! Los, los, los! Das wird keinen von Ihnen überleben! Freut mich, damit Sie ihn haben verlassen! Krawatten! Nicht durch die Bekämpfung! Schuss! 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 Bereitschieß auf unser Fahrzeug! Es tut die Waffe! Sieht bereit! Bereit! Los! Wir hatten zusammen! Bis in den Tor! Schuss! Noch mal schießen! Okay! Schuss! Das war der Letzt! Bereit! Wir hatten unterdrückt! Abzustreiten! Nehmen! Sofort abzuweichen! Mörser-Truppe rein! Schießen! Aber die Kampfe unten halten! Im Mörsen! Noch mehr! Weitere Geräusche! Schuss! Schwer im Gehens! Wir haben hier den Rücken geschossen! Felskatone feiert auf unser Fahrzeug Sieht bereit, auf dem Weg Was ist da drauf? Feuer, Mörser Junge Noch eine einzige Einen einzigen Das war knapp Sie haben Befehle Nein, wenn ich passen Genau, Sir Nein, wenn ich passen Aufklärung Ich gehe dahin, wo ich gebraucht werde Guck mal Ich hasse dieser Bunker Alles klar, das war im Moment ein direkter Treffer Was gibt es? So, hören wir uns das auch Tumel Beginne Eroberung Mörser bereit für Befehle Warte mal, das ist das, was ich mir auch dachte Das sagt ja sowas Ja, das wollte ich hören Wir können bei der großen Fabrik Panzerunterstützung anfordern Mörser bereit für Befehle Mörser führt Stellungswechsel aus Wir werden von Infanterie beschossen Wir werden von Infanterie beschossen Wir werden von Infanterie beschossen Ein Bastard weniger! Gute Arbeit! Medio 30 hier! Medio 30 hier! Oh Leute, wie geht's? Schau, wir haben ihn auch gemacht! 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 Ja, gleich, ich brauche unbedingt einen, einen, einen... ...ehm... Entgehtropfe Einsatzbereiche! Seid zu Kontakt! Den Pionieren, wo ist er denn? Den Pionieren, wo ist er denn? Flammenwerfer, probieren! Pionieren! Wir sind in den Pionieren! Wir sind in den Pionieren! Wir werden auch stürmen! No! Ach oder? Wir haben ihn fromουμε, wo eine unserer船 e بت. Wir gehen dir keine, was du oder? Ja, oder? Oh Gott! Wir machen uns durch die Kräte. Oh Leute! Melック Teile! Was 할gestellt werden? Verkstation! Aller, klar! Das kann man hier sehen Holla! Holla, was ist denn blockiert hier? 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 Die Feuerwehr, die Feuerwehr, die Feuerwehr, die Feuerwehr! Wenn ich nicht mehr bin, ist das der Köln der Kölner dran, dann erledigt man! Geil! Alles schwere! Fangen die Feind von 3, erleden! So greifen wir uns an! Eine Uhr rücken! Die Schmerzer! Jetzt kommt die Faust! 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 Verdammt! Verdammt! Versteigertaufen! Versteigert! Schlag zum Feuer! Wir versuchen uns umzulegen! Sanitär! Der Fall hat sich auf uns eingeschossen! Wir werden hier unter den Schwenk eingeschraubt. Wir werden hier unter den Schwenk schraubt. 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 So wieder zu meiner Deckung. Wir werden hier unter den Schwenk schraubt. Wir werden hier unter den Schwenk schraubt! Es ist ein Dopp vertreter! Sie können hier in der Schwenk schraubt! Sie können hier nach hinten schraubt! Wir haben eine Flusskarte. Wir haben eine Flusskarte bei der Flusskarte. Freikontakt mit Falsam! Feindliche Infanträder ledig! Verrhein die Teufel! Wir haben Verluste! Wir haben eine zeitliche Trubere. Wir schützen Sie! Wir sind nicht schlussisch! Wir sind nicht so stark! Wir sind nicht so stark! Alter! Wir sind nicht so stark! Alter! 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 Das gibt es aber nicht! Wir brauchen... ...hautet die Stelle fürs Vaterland! Befehl 227 ist in Kraft! Jeder der den Rückzug antritt wird erschossen! Wir werden angegriffen! Oh mein fucking Pioniere ey! Ein weiterer Strafnicki ist tot! Steh nicht so darauf! Strafruf sind unverschütbar und fürs Vaterland zu sterben! Wir sind hier fertig! Straftruppen stehen bereit! Seinen Schützore genossen! Ihr macht jetzt los! Wir können aber gar nichts ey diese Lutscher! Ein weiterer Strafnicki ist tot! Tötet! Tod statt Rückzug! Mö! Wow! Grüß den Lutscher! Der Wild ey! Katschusche! Katschusche erwarten Befehle! Das Katschusche erwarten! Katschusche erwarten! An- und Schneidkopfest! Katschusche da! ٰ! Das Katschusche… Sie brauchen Best придумet! Straftruppe Reg benutzt zu werden! Der Feind hat sich auf uns eingeschossen Das ist ja in der Stellung hier nur die Deckung Das ist das Problem Sollen wir etwas bauen? Straftrucks sind not verfügbar um fürs Vaterland zu sterben Aber wir gehen ja nicht dahinten Das waren wohl die letzten Der Weg Männer, Bewegung Pioniere einsatzbereit Der deutsche Gegenangriff Hier schaffen wir die Wende, Genossen Vorstoßen und feindliche Basis vernichten Alter Und das so geil ist, was ich nicht Die ganzen Flackfahrzeuge haben auch alle gelitten Das Kommando hat Befehl 227 zurückgenommen Verbitterung abgeschlossen Ja, da, aufnehmen Ja, da haben die ja mehrere Flammenwerfer in dem Team Das ist gar nicht so schlecht Es müssen schon zwei Flammenwerfer im Team Ich weiß nicht, ob das so gut ist Ja, der braucht auf jeden Fall Feldreparaturen Der war unser Trupp hier, weißt du Der hat die alle weggefickt da drüben Wo ist er? Wo ist er? Was ist er wohl in Brücken? Ja Wo ist er wohl in Brücken? Ja Wo ist er wohl in Brücken? Ja H introduces Hau Kim Kettengefarn Nachrüstung und Vier sporting flach steht an Hauptquetenschall H in den Fuhn, unterwegs Gebert Nieren encuentra hipfurt ponto Powell Das ist gut. Tja. So ist das. Ja, wir brauchen... warte mal. T34 Kampfbereit. T34 Besatzung und Bunt und Bereit. Scharfschützen wegs. Vielleicht hier auf die Flank, oder? Scharfschützen. Sie brauchen eine Scharfschützen? Schnappet eine Zeuchtkranade. Scharfschützen wegs. Scharfschützen wegs. Müssen wir jetzt ein bisschen tricky machen. Jetzt hat sie schon in die Richtung, weißt du? Katsusha, Trommelfeier beginnt. Trommelfeier wäre erfolgreich. Nein. Bereit. Wenn sie wollen, dass ich dahin gehe. Bereit. Nein, nicht zwingen. Ja, Genosse. Abbrücken. Unterwegs. Kommen sie klar. Alle. Alles klar. Das sind halt Panzergranadiere, die können halt immer... Granatenschießen. Das ist ganz schön tricky. So, jetzt schickt man sie hier vor. Ja. Mörser bereit für Befehle. Mörser führt Stellungswechsel aus. Ja, ne. Warte mal, bis der Mörser in Stellung ist. Ich glaube, wenn der einfach reinlunst, dann... ...macht er die kaputt. Wenn er jetzt hinautrifft, dann sind die weg. Und lasst sie sich leer schießen. Ja, das war nicht so, ich habe es in der anderen Seite. Ja, das ist nicht so. 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 Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Schickt eine Luftgranate los. Kotiusha erwartet Befehle. Guck mal. Wird erledigt. Sie haben Befehle. Da fängt der gar nicht hin. Nö. Und da. Stellungswechsel. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ich gehe dahin, wo ich gebraucht werde. Bereit. Wir haben das Leben eines ofiziers gerettet. Aber so, wenn Sie wollen, dass ich dahin gehe. Zu diensten. Los geht's, Faber. Ich habe ja den... den IE2 eingegrafen, ne? Der Feind schießt auf unser Fahrzeug. Sie brauchen eine Schaufschütze? Stattet eine Mechtkranade! Schütze ihn bereit! Beleuchtet ihn weg! Der Stolz der Luftfahrt mit der Rotten Armee! Erstanden! Zu nah! Zu nah! Zu nah! Zu nah, sagt er! Mörser unterwegs! Unterwegs! Eines! Oh, ich glaube, der schöne Pack! Ich werde gebrannt! Mörsertruppe erreicht! So, da kann der gleich bestimmt noch mal Mörsern, ich weiß nicht, ob die da noch leben. Leute, wir greifen auf! Trommelfeuer gestartet! Das ist doch dieses komische Fahrzeug da! Ah, die gehen nur daneben! Jawohl! Auf der Treppe! Rackett! Luftunterstützung durch Stormovic verfügbar! Ja, ja! Ich weiß! Schickt eine Leuchtgranate los! Katiusa erwartet Befehle! Guck mal! Da kann man mal richtig reinlusten! Sieg für Trümelfeuer! Stormovic-Ziel bestätigt! Differenziales! Sonst öffnen wir uns. Du musst den Gefängniswärmengen! Differenziales mit ihren Ingenzieren und BandierenВans. Differenziales mit ihren Rahmengen. Guck mal! Differenziales mit ihren Ingenzieren! Guck mal. Differenziales mit den Flammen-Kregen! Ich glaube, ich habe schon einen Blindschirm. Oh leh Was muss man hier wissen? Der Mörser dahinten Eine Sekunde Ach klar, dann Hier reinlösen Oh leh Oh leh Oh leh Oh leh, noch ein Panzer Oh leh Oh leh Oh leh Oh leh Alles klar Wir haben einen Genossen In Ihre Basis Sperr T34 unterwegs Hörter Kreis ab Hörter Kreis ab Oh leh Oh leh Jetzt haben wir den Fisch extra zurückgezogen Schuss Schmerzen 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 T34 T-34, rückt ab. Feindliche Fusen greifen uns an. Sie sehen uns. Die Freighter ist für die Basmuskler. Sie brennen auf. Sie brennen auf. Alles klar. Das hat ja super funktioniert. Nicht. T-34 bereit. T-34 rückt ab. T-34, T-34 rollt. Fürs Vaterland. So, Marschbefehle hatten. Genosse? Nein, leuchtet es nicht mit einer Leuchtgranate. Schickt eine Leuchtgranate los. Da, T-34 unterwegs. Katiusa bereit. Verklebt den unterwegs. Wir haben jetzt. Hör mal wie sie fliehen. Jawohl. Hat ja nur 40 Minuten gedauert. In Stalingrad begriff ich, dass sie die Kontrolle über ihr Kommando verloren. Warum? Weil ich nicht alle Männer in den Tod schickte? Weil ich an ihrer Seite kämpfte? Sie hatten ihre Befehle, wie wir alle. Ein guter Offizier für die Befehle, ohne zu fragen. Ah ja, wir sehen uns in der nächsten Folge.